Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Wir sind jetzt hier im Hamburger Bahnhof, nur zu Ihrer Orientierung. Und hier ist die Flick-Ausstellung, diese viel umstrittene Ausstellung. Es gibt 2500 Exponate von kontemporärer Kunst. Ich bin ganz gespannt, was ich jetzt alles gleich sehen werde und erleben werde und wie es mich berührt oder auch nicht. Wir werden mal schauen. Kommen Sie mit. Insomnia, okay. Hi. That's beautiful. Life is just a carnival, sag ich immer. Aber alle glauben, das Leben sei ein Wartezimmer. Sehen Sie? Oh, hello gorgeous. Der Flutschfinger. Habe ich auch sehr gerne gegessen als kleines Mädchen. Da war ich drei oder vier und mochte dieses Weiß sehr gerne. Ein Pinouiche als Kanone oder so ähnlich ist meine Interpretation. Man weiß ja nicht genau, was das ist. So. How are you? Okay, es ist ein riesengroßer Apfelkopf, ein sehr flacher Hintern, riesige Füße. Es hat zumindest vier Daumen und ein riesen Pinouiche. Jetzt gehen wir doch mal bitte hier rüber. Hier haben wir nochmal das gleiche Wesen, allerdings mit einer wahnsinnig vergrößerten, unheimlich vieler natürlich echt aussehenden Mauiouiche. Was will uns die Künstlerin damit sagen? Nein, ich weiß es nicht, aber es riecht ganz frisch und lecker. Und ich habe jetzt richtig Appetit, um dieses rosa Schweinchen reinzupassen. Ich bin deshalb, ich bin nicht ganz. Ich war es nie. Das sind alles nur Illusionen. Ich bin Kunst. Ich bin ein Bild von einer Frau. Ich habe mich selbst gemalt. Schön, bitte. Und wie gefällt Ihnen die Ausstellung? Äh, super. Ja? Ja. Good. Ich bin Deutsch. Nein. Ich bin Amerikan. Belgien. 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 Ah, on parle français, donc? Non? Oui, ein bisschen. Tu pourrais comprenez, pourquoi il y a des amis de moi qui ne viennent pas ici? Parce qu'ils ont dit, ils ne viennent pas dans une exhibition comme ça. Et je ne pas comprenais beaucoup. Ja. Parce que c'est une chose politicien, comme ça. Ah, non, je ne comprends pas du tout. Non? Non, parce que c'est déjà, il y a déjà des années, hein. Oui, moi, je pense à la même chose, oui, c'est déjà passé. Oui, c'est déjà passé, oui. Oui, oui, comme ça. Et j'aime bien les expositions, et c'est pour l'art. Oui, c'est l'art pour l'art. Do I have to say anything about it? What does it give you? Do you feel anything? It's like, do you read what it's? It amuses me. Yeah? I read the lines and I think it's funny and no more than that. It's, it's art fun to look at it. Bruce Naumann is good. Yeah. I like it all. Das sieht ja aus wie ich. Ja. Was haben die da gemacht? Na, einfach auf den Knopf irgendwo gedruckt. Ich weiß, wenn man nicht will. Jetzt bin ich hier Bildschirmschoner. Ja. So schnell wird aus lebenden Personen Kunst. Jetzt bin ich auch Kunst. Ich danke ihm. Bitte, bitte. Es gibt Freunde von mir, die nicht zu dieser Ausstellung wollen. Können Sie sich vorstellen, warum? Oder können Sie das nachvollziehen? Ich muss sagen, ich sehe, das ist das erste Mal und ich bräuchte es auch nicht. Ah, dich kenne ich doch. Bist du nicht, bist du nicht der Michael Jackson? Du siehst aber ganz schön groß aus. Weißt du das? Und das ist doch ein Äffchen. Warte mal, da müssen wir mal gucken, wie das heißt. Das ist ja ein Wahnsinn. Guck mal gleich. Das ist Paul McCarthy. Paul McCarthy. Nicht zu verwechseln mit Paul McCartney. Das ist Kunst zum Anfassen. Das ist eine Plastik. Man merkt das auch. Hier ein Wasser. Das ist ja toll. Das sind Wildwest-Pornos. Sowas hätten wir auch nicht so oft, meine Damen und Herren. Aber gefällt Ihnen das denn auch? Sehen Sie sowas auch zu Hause? Komm, sieh mir mal nach Hause. Nehmen Sie das Kind an die Hand. Das wird ja ganz blind dabei. Mensch, das arme Kleine. Ach, jetzt kommt ein anderer Raum, eine andere Ebene. Vorsichtsstufe. So. Ach, die Lautsprecher sind auch so laut. Oh, hier wird es sehr dunkel und sehr akustisch. Bitte kommen Sie mit. Oh, es wird ganz eng. Ich habe Angst. Ich komme gar nicht bis nach hinten. Aber man kann hier reingehen. Oh, wow. Oh. Oh, wow. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.